Microsoft wird bei der diesjährigen Gamescom dabei sein, das hat das Unternehmen jetzt mitgeteilt. Damit haben drei große Konsolenhersteller ihre Teilnahme bekannt gegeben. Somit sind im August in Köln bei Europas größter Videospielmesse nicht nur Nintendo, sondern auch Sony und Microsoft dabei. Nintendo und Microsoft hatten im letzten Jahr auf die Teilnahme verzichtet. Möglicherweise wird es in Köln also ein Kräftemessen der neuen Konsolengeneration geben. So können sich die Besucher wahrscheinlich auf die neue Xbox und auch auf Sonys neue Playstation 4 freuen. Das würde dann wohl auch einen neuen Zuschauerrekord bedeuten. Im letzten Jahr kamen mehr als 275.000 Besucher. Die Gamescom in Köln findet Ende August statt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017